Für uns war es sehr glücklich, sehr stolz von der Mannschaft. Wir haben wieder eine seriöse Leistung gezeigt. Natürlich war das erste Tor wichtig, um besser die Kontrolle zu haben. Und danach war es gut gemacht, mit Kontrolle. Wir wollten nicht ein beruhigtes Spiel, wir wollten keine Überraschung. Wir haben es gut gemacht und am Ende konnten wir ein bisschen feiern, nach Berlin zu gehen. Nach vier Jahren wieder zu sein und wir haben mehr Möglichkeiten, einen Titel zu gewinnen. Wir haben jetzt den Fokus in der Bundesliga und in der Europa League und eine gute Saison zu haben. Ein Finale ist ein Finale. Es ist sehr speziell, nach Berlin zu gehen. Wir wissen, dass der Pokal immer eine sehr schöne Stimmung gibt. Am 25. Mai in Berlin ist es fast Sommer. Wir erwarten eine super Unterstützung unserer Fans. Sie können feiern. Sie können jetzt alle Reisen organisieren, um ein gutes Spiel, ein Finale zu genießen. Und hoffentlich können wir es gewinnen. Aber jetzt haben wir genug Zeit, um zu denken. Wir haben jetzt andere Säle zu erreichen. Und danach immer das letzte Spiel der Saison, ein Finale zu sein. Das bedeutet, dass wir eine gute Saison hatten. Also haben wir vor kurzem darauf gefragt, wenn es gewinnen ist, Vielen Dank.